Dennis Gastmann. Seit der sympathische Weltreporter sein Werk mit 80.000 Fragen um die Welt veröffentlicht hat, sind seine Antworten auch in intellektuellen Kreisen besonders gefragt. Die Zeit publizierte seine Antwort auf die Frage, sind alle Latinos machos? Doch damit nicht genug. In der ZDF-Sendung Markus Lanz überzeugten Dennis' Antworten nicht nur Karl Moik und Erika Berger, sondern auch den Literaturpapst und Kosmopolit Roger Willemsen. Dennis Gastmann stellt all die Fragen, die ich auch mir stelle, aber er weiß sie zu beantworten und ich kann sie nicht beantworten. Das Buch habe ich zu Hause. Ich freue mich auf die Lektüre. Applaus für den sympathischen Dennis Gastmann.